Noch bevor die Welt im Chaos versank und ich beim Einkaufen Sachen erworben habe, die ich gar nicht haben wollte, weil ich durch das Tragen einer Mund-Nasen-Schutzmaske dauernd beschlagene Brillengläser habe, habe ich euch mal gefragt, gibt es eigentlich Sachen, die ihr über mich wissen wollt? Und zwangsweise haben natürlich auch einige von euch geantwortet, nämlich mit Fragen. Und die beantworte ich jetzt. Viel Spaß damit! Wenn man nicht weiß, was man für Videos drehen soll, dann macht man ein Q&A. Und somit starten wir mit dem diesjährigen Q&A auf meinem Kanal mit der Frage, welches ist dein Lieblings-King? Außerdem möchte ich dir für deine Videos danken. Lieber Bookslord, ich danke dir dafür, dass du meine Videos guckst. Welches ist mein Lieblings-King? Ha! Übrigens, gerade jetzt, wo wir drüber sprechen, ich lese ja gerade zum zweiten Mal es, nach 35 Jahren wieder. Und ich muss sagen, dass mir gar nicht mehr so richtig klar war, was für ein groß, groß, großartiger Roman es ist. Stephen Kings es als Horror-Roman zu bezeichnen, geht völlig an der Realität vorbei. Es ist auch ein Horror-Roman, aber vor allen Dingen ist es eine unfassbar dicht erzählte Coming-of-Age-Geschichte. Es ist einfach alles das, was man von Stephen King erwarten kann. Deshalb würde ich sagen, er teilt sich, also es teilt sich den ersten Platz mit einem ähnlich aufgebauten Buch von ihm, nämlich Dreamcatcher Daditz. Es hat einen gewissen Aufbau, der ähnlich ist wie es, hat aber inhaltlich überhaupt nichts damit zu tun. Wobei man weiß ja nie, die Romane haben ja immer irgendwie was miteinander zu tun. Man weiß es nicht. Man munkelt es. Nächste Frage kommt von Andrea324. Welche drei Bücher nimmst du mit auf eine einsame Insel? Das ist ja, glaube ich, so die Standardfrage, vor deren Beantwortung man sich immer so schön drücken möchte. Ich will es aber heute einfach mal beantworten. Einmal der beste historische Roman, den ich je gelesen habe. Und zwar in dieser wunderschönen Schmuckausgabe. Die Sollen der Erde von Ken Follett. Weil erstens ist es eine tolle Geschichte und zweitens man kann so unheimlich lange drin lesen. Das Ding hat nämlich 1200 Seiten. Nein, das hat sogar noch mehr. Das hat fast 1400 Seiten. Das zweite Buch ist, wer könnte es erraten? Ein Stephen King. Ein Stephen King, den ich auch seit 30 Jahren nicht mehr gelesen habe. Und den ich in dieser ranzig-gelben Ausgabe von 1812 habe. Ist tatsächlich auch nicht die vollständige Ausgabe. Also ich vermute, es ist die nicht, obwohl es hier drauf steht. Es war damals wahrscheinlich eine vollständige Ausgabe. Aber das Ding hat nur 1100 Seiten. 1200 Seiten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon alles gewesen ist. Also The Stand möchte ich dann auf dieser einsamen Insel noch einmal lesen. Und ich hoffe, man vergibt mir. Aber die nächsten drei Bücher gehen für mich als ein Buch durch. Weil es eine Geschichte ist. Eine Geschichte, die ich schon zweimal erleben durfte. Und auf der Insel gerne noch ein drittes Mal lesen möchte. Nämlich die Herr-der-Ringe-Trilogie von J.R.R. Tolkün. Diese schöne, psychedelisch 70er Jahre anmutende Ausgabe aus dem Klett-Kotter-Verlag. Die ich für nichts auf der Welt eintauschen möchte. Und Andrea hat noch eine Frage. Dein absolutes Lieblingslied. Also es gibt so ein paar All-Time-Favorites, die ich immer hören kann. Die meines Erachtens auch zeitlos sind. Das ist Sweet Dreams von den Eurythmics. Das ist Billie Jean von Michael Jackson. Das ist The Wall von Pink Floyd. Das sind ganz, ganz viele Stücke von Meat Love, die ich hoch und runter hören kann. Ich kann Queen hoch und runter hören. Da gibt es auch sensationelle Titel. Auch neuere Sachen. Ich könnte ja vielleicht mal meine Playlist auf Spotify irgendwie öffentlich machen. Ich weiß nicht, ob das jemandem hilft. Aber ja, ich höre eigentlich ganz viel. Ich höre viel Altes. Ich höre auch viel Charts, viel Neues. Ich finde, im Moment gibt es sehr, sehr gute neue Sachen. Die Bücher-Tante Tralala fragt. Wie viel Geld gibst du im Jahr für Bücher aus? Das kann ich nicht sagen. Ich schätze mal, dass ich ungefähr vielleicht, naja, 500 Euro werde ich schon ausgeben. Der letzte Bucheinkauf hat 70 Euro gekostet, wobei ich seit elf Wochen keine Bücher mehr gekauft habe. Also dieses Jahr wird es sicherlich auch etwas weniger. Ich werde mich aber auch in Zukunft dazu entscheiden, mal das eine oder andere Buch, die eine oder andere Neuerscheinung, die ich tatsächlich auch auf dem Schirm habe und lesen will, anzufragen. Das habe ich in der Vergangenheit nicht gemacht. Das werde ich aber, denke ich mal, zukünftig schon häufiger machen, weil irgendwann wird es auch eine Preisfrage. Dein bisher bestes Buch dieses Jahr? Schwer zu sagen. Ich habe ein paar gute Kandidaten, die ich im Moment lese. Aber ich glaube, der erste Vorband von Sapkowski war das der letzte Wunsch. Das war, glaube ich, eines der besten Bücher bisher in diesem Jahr. Der erste Vorband der Hexer-Saga fand ich unfassbar. Hätte ich nie mit gerechnet, dass mich das so in den Band ziehen kann. Eli Krim fragt, wenn du eine normale Arbeitswoche hast, wann findest du in der Regel Zeit zum Lesen? Also, ich habe abends immer Zeit zum Lesen. Nicht immer, aber in der Regel. Ich lese dann immer vielleicht eine Stunde, zwei Stunden. Am Wochenende lese ich sehr, sehr viel, auch tagsüber. Aber das ist sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal sind Monate dabei oder Wochen dabei, wo ich gar nicht so viel lese, wo ich dann vielleicht auch eher Serien schaue. Das ist bei mir ganz extrem dann. Und auf der anderen Seite ist dann aber auch wieder ein Monat dabei, wo ich überhaupt kein Fernsehen schaue, sondern die meiste freie Zeit, die ich habe, dann ins Lesen investiere. David Zopf, äh, Zipf, Zipf, ist das David Zopf? Ich weiß gar nicht. David fragt, welches Buch liest du aktuell? Und wie findest du es bisher? Mein Currently Reading. Also, da muss ich nochmal eben aufstehen, weil die muss ich holen. Ich bin ja so ein unverbesserlicher Parallelleser und mittlerweile, ähm, ja, bin ich eigentlich dazu übergegangen, gar nicht mehr so viel Parallel zu lesen, weil ich finde, manchmal verzettel ich mich dann auch etwas. Aber, ähm, ja, wie alle Vorhaben hat auch dieses Mal dieses Vorhaben nicht unbedingt geklappt. Ich lese gerade wieder seit heute fünf Bücher parallel. Ja, ich weiß, es ist schon Schwachsinn. Ein bisschen unter die Räder gekommen ist Stuart Turton, äh, Stuart Turton, die sieben Tode der Evelyn Harkasel. Habe ich lange nicht mehr reingeguckt. Ähm, ganz schlecht bei dem Buch, weil man muss da echt am Ball bleiben. Dann lese ich gerade Stephen, also, wie ich die Bücher finde, äh, hervorragend. Also, fünf Sterne bisher. Stephen King S. Ähm, habe ich bis auf Seite, also habe ich jetzt ein Drittel durch. Fünf Sterne. Dean Kuhns, das Versteck, ein, äh, kein, äh, Thomas, sondern ein Standalone. Bisher eines der besten Standalones, die ich gelesen habe, oder die ich lese. Ähm, sehr, sehr atmosphärisch, ziemlich unheimlich. Äh, cooles Ding. Welt in Flammen, ein historischer Roman rund um eine illustre Gruppe im Orient Express. Ähm, ja, fünf Sterne. Ich kann es nicht anders sagen. Und heute, ich wollte kurz reinlesen, ein ganz brandneues Buch, heute gekauft, ähm, wollte kurz reinlesen, bin auf Seite 130 stehen geblieben. Äh, Bill Bryson, eine kurze Geschichte des menschlichen Körpers, auch ein Currently Reading. Und mir scheint, ich habe gerade im Monat Mai, Ende des Monats, einen Lauf, auch ein potenzielles Fünf-Sterne-Buch. Also, es sind tatsächlich alles potenzielle Fünf-Sterne-Bücher. Justin von Buxtin fragt, Lieblingsgenre? Bücher? Oh, jetzt wird nach Lieblingsgenre gefragt und nach Lieblingsbüchern gefragt, wahrscheinlich. Das ist natürlich schwer zu beantworten. Lieblingsgenre? Genre habe ich eigentlich nicht. Ich lese gerne, äh, Thriller. Ich lese gern alles Skandinavische. Das muss nicht unbedingt Krimi oder Thriller sein. Das können auch andere Geschichten sein. Ich lese gern, äh, historische Romane. Gute, gut recherchierte historische Romane, ohne viel Gedöns. Natürlich lese ich gerne Sachbücher, äh, vor allen Dingen Sachbücher über Psychologie und Kriminalistik. Am liebsten gepaart miteinander. So Sachen, wie Frau Dr. Benicke rausbringt. Oder so Sachen, wie der Herr Herbort schreibt. Das ist immer so für mich unfassbar interessant. Könnte ich alles drüber lesen. Aber ich lese auch, ähm, solche Sachen zum Beispiel. Das ist ja auch ein Sachbuch. Unterhaltsam müssen sie sein. Ja, zu den Lieblingsbüchern. Ich habe mal ein Video gemacht, oder die Kingsianer haben mal Videos gemacht, zum Thema Kingsianer können mehr als King. Da sind einige meiner Lieblingsbücher dabei. Aktuell habe ich gerade gestern eine Liste beendet mit den 100 besten Büchern, die ich kenne. Ähm, das wird sicherlich auch mal irgendwann in einem Video thematisiert. Und, ähm, ansonsten sind großartige Bücher. S von Stephen King. Der Wintersoldat ist ein großartiges Buch. Die Sollen der Erde, die geheime Geschichte von Donatat ist absolut wahnsinnig. Der Schwarm von Frank Schätzing, die Geschichten, äh, um Zermonien von Walter Mörs, ähm, J.R. Tolkien ist großartig. Die Reacher-Reihe von Lee Child lese ich gerne. Es gibt so viel. John Espe, äh, Carlos Ruiz-Safon, also wunderschöne Bücher. Und, ja, so könnte ich stundenlang weitererzählen. Kissa Tassu fragt, kannst du gut singen? Ähm, nein, ich glaube nicht. Silja Kess schreibt, fragt, lebst du alleine mit Fritzi und deinen Büchern? Ja, das tue ich. Steffi Sovago schreibt, äh, oder fragt, wenn es möglich wäre, welche Romanfigur oder Buchfigur würdest du am liebsten treffen und welche nicht? Also ihr merkt, dass ich mir die Fragen jetzt gerade erst wieder aktuell angucke. Ich glaube, ich würde Ott Thomas gerne treffen, den jungen Mann aus den Büchern von Dean Koons, der Geister von Toten sehen kann. Ich hätte einige Fragen, weil er auch immer wieder Kontakt zu einem Prominenten hat, der mich sehr interessiert. Da hätte ich auch ein paar Fragen. Ich glaube, ich würde gerne, ähm, ich glaube, ich würde gerne Ercule Poirot treffen. Wobei der Mann ja nicht ganz einfach ist. Ich würde gerne Frodo und Sunrise treffen und mit ihnen durch, ähm, Mittelerde ziehen. Äh, nee, nee, wir beschränken es aufs Auenland. Und da ein bisschen Spaß haben. Wenn ich allerdings nicht treffen möchte, ist Saruman und Sauron aus Gründen. Ich möchte auch nicht den Hexer treffen. Gerard von Riva. Ähm, nee, der ist mir zu einsilbig. Ja, dann lieber Plötze. Oh, ich würde gerne Erlendur treffen. Nur damit ich endlich weiß, was mit ihm passiert. Ja. Nächste Frage. Wie viele Bücher besitzt du? So, das ist jetzt ein Problem, weil ich nämlich lange nicht mehr gezählt habe. Aber ich besitze im Moment ungefähr 150 ungelesene Bücher. Und ich schätze, mit den gelesenen sind es zusammen vielleicht 850. Ist jetzt nur eine Schätzung. Ich müsste mal aktuell nachzählen. Was machst du beruflich? Fragt Books and Scarves. Ich arbeite in einer Patentanwaltskanzlei. Und zwar mache ich da so ein bisschen Aktenführung, Buchführung und so ein bisschen Bürokram. Ja, im Moment allerdings aus dem Homeoffice, wie so viele andere auch. Book Junkie Haha. Gibt es einen King-Roman, der dir nicht gefallen hat? Ja, den gibt es natürlich. Es gibt mehrere davon. Einmal kann ich mich erinnern, dass ich unheimliche Schwierigkeiten mit diesen beiden zusammenhängenden Büchern, Regulator und diesem anderen hatte. Das muss ich mir aber auch nochmal näher anschauen. Die muss ich einfach auch nochmal lesen. Hallo. Was machst du hier? Na du? Da hatte ich Probleme mit. Dann war das Institut. War ganz furchtbar. Ein ganz schlechtes Buch meines Erachtens. Bei der Outsider bin ich mir nicht ganz so sicher, ob ich es jetzt gut fand oder nicht so gut fand. Also es war eher so ein mittelprächtiges Buch. Ansonsten kann ich mich an viele auch gar nicht mehr erinnern. Ich habe allerdings auch noch ein paar, die ich noch nicht gelesen habe. Aber das ist so ungefähr das, was ich an schlechten Kings kenne. Alexa LLM fragt, wird es demnächst wieder was Neues von den Kings-Jahnern geben? Also erstmal war ja schon wieder ein Livestream auf Philips-Kanal und was die Zukunft so bringt, wenn erstmal diese ganzen Kontaktbeschränkungen und alles mal mehr oder weniger wieder aufgelöst ist, wird sich bestimmt im Laufe des Jahres noch was ergeben. Da bin ich mir absolut sicher. Und Alexa fragt, planst du demnächst ein Toto Talks? Ja, das plane ich. Also wie gesagt, die Fragen, ich sehe es gerade, sind vom 27. Februar. Leute, ich bin ganz spät dran. Kommt. Ja, ich bin jetzt wieder mehr aktiv. Alex Weber Army fragt, was hörst du für Musik? Ja, wie gesagt, ich höre eigentlich alles. Bis auf Death Metal, Hard Rock, Metal, Schlager. Schlager, nein. Sonst höre ich eigentlich alles, was gut ist. Aber wie gesagt, ich kann ja mal gucken, ob ich irgendwie die Spotify-Playlist veröffentliche. Das geht. Ich weiß aber nicht, wie. So, Cool Buddy fragt, wie war es in Hamburg? Ja, das war jetzt eine Woche später. Da kam ich wahrscheinlich gerade aus Hamburg wieder. Ja, Hamburg war großartig. Also Hamburg, ja, hat richtig, richtig Spaß gemacht. Viele tolle Leute betroffen, mit Philipp Geburtstag gefeiert. Carina war da, Anni war da, es waren ganz viele Annis da. Und es war auch, Hamburg war auch da. Es war allerdings ziemliches Scheißwetter. Also von Hamburg haben wir jetzt nicht so ganz viel gesehen. Deshalb werde ich auch wieder hinmüssen dieses Jahr. Also Hamburg ist eine wunderschöne Stadt. Frau von Bödefeld fragt, was macht dich glücklich? Also ich glaube, alle macht mehr oder weniger Sorgenfreiheit glücklich. Mich macht glücklich, wenn ich Menschen besuchen kann, wenn ich es möchte. Im Moment ist das ja ein bisschen schwierig. Es macht mich glücklich, wenn ich durch Deutschland reisen kann und vielleicht ein oder zwei Tage mal woanders verbringen kann. Gute Bücher machen mich natürlich glücklich. Selbstbestimmtes Leben macht mich glücklich. Wenn es allen gut geht um mich herum, das macht mich glücklich. Das macht mich, glaube ich, am meisten glücklich. Viel mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Ich freue mich über gutes Essen. Ab und zu macht mich auch ein Aperol oder ein Liet glücklich. Es liegt immer auch ganz an der Stimmung. Ja, es sind also keine großen Sachen. MisanTropCat fragt, wo liest du am liebsten? Das kann ich ganz genau sagen. Am liebsten in einem der Ikea-Freischwinger, entweder hier im Wohnzimmer oder in meinem Arbeitszimmer. Da sitze ich am liebsten, lege die Beine hoch und dann kann ich stundenlang lesen. Welches Buch könnte jeden aus einer Leseflaute retten? I. Miller. I. Miller fragt das. Das kommt immer ganz darauf an, was man mag. Wobei ich sage ja immer, es gibt keine Leseflaute. Es gibt bei mir nur Lesepausen. Also ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie unter einer Leseflaute gelitten. Ich habe wohl schon häufiger mal unter schlechten Büchern auch am Stück gelitten. Aber das hat nie dazu geführt, dass ich eine Leseflaute hatte. Am besten, man schaut sich sein Genre an. Was liest man gerne? Googelt vielleicht ein bisschen. Geht in die nächste Buchhandlung. Lässt sich beraten. Und ich glaube, schon allein der Prozess des Buchaussuchens und das sich beratenlassens und des Buchkaufens führt dazu, dass man Bock auf ein Buch bekommt. Ich glaube, der beste Thriller, den ich je gelesen habe, war tatsächlich Schweigen der Lämmer. Ich glaube, das war wirklich der beste Thriller. Und das war ein Thriller, der den Namen auch noch verdient. Ich habe gerade die zweite Staffel von Castle Rock beendet. Läuft auf Amazon Starplace und die gehört definitiv nicht dazu, weil ich die nicht besonders gut fand. Ich habe gerade angefangen mit Killing Eve, die erste Folge, und finde sie großartig. Sandra Oh ist einfach Bombe. Dann gucke ich gerade, was gucke ich denn noch? Ach ja, ich gucke Hollywood. Auch eine super Serie. Gefällt mir auch super, super gut. Was macht sie da? Was machst du? Was? Welches Buch ist das schlechteste Buch, was du jemals gelesen hast? Das, äh, ja, ich spreche den Namen jetzt nicht aus, aber das verfolgt mich in meinen Träumen. Und das und das. Ja. CHL 301. Ist das Christian? Ich weiß gar nicht. Wann hast du zuletzt ein neues Genre ausprobiert und mit welchen Erfahrungen? Das ist eine schwierige Frage. Wann habe ich das letzte Mal an ein neues Genre ausprobiert? Kann ich nicht sagen. Mone Schlü fragt, wo wohnst du? Ich wohne im Geburtsort Deutschlands größter Dichterin. Und da bin ich auch geboren. Ja. Was nichts heißt. Ja. Äh, aber ja. Grinsebacke liebt Bücher. Fragt, wenn dich True Crime interessiert, wäre das Thema Rechtsmedizin was für dich? Oh ja. Ich habe schon ganz, ganz viele Bücher über und von Rechtsmedizinern gelesen. Das letzte war, Moment, hier ist es genau aus dem Riva Verlag, der mit den Toten spricht. Dr. Richard Shepard. Der bekannteste britische Pathologe erzählt von seinen spannendsten Fällen. Und da jetzt der Akku leer ist und mir schon ganz aufgeregt rot ins Gesicht blinkt, mache ich erstmal Schluss für heute. Der zweite Teil kommt in den nächsten Tagen. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß bei allem, was ihr macht und sage Tschüss. Und die nächsten Fragen warten schon. Bis zum nächsten Mal.